WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH Wenn ihr mitmacht, dann können wir es schaffen, das weiß ich. Eine Familie wollte in einem Geschäft 200 Meter Taft kaufen. Die fangen an Fehler zu machen. Ihr Vater ist bei der Stasi verdammt nochmal. Du wirst sie nicht mehr treffen. Wir bauen das Ding jetzt einfach schnell fertig und dann nix wie weg hier. Peter, was ist dein Papa vom Beruf? Mein Papa ist näher. Was näher denn da? Darf ich nicht sagen? Aber mir darfst du doch alles sagen. Schaffen wir auch nie. Können wir kurz reinkommen? Peter! Die Überprüfen, die Rezepte. Das Risiko ist zu groß. Wir wollten doch immer, dass die Jungs in Freiheit aufwachsen. Versprich mir, dass den Kindern nichts passiert. Wir haben eine Richtung. Dann losgehen! Feuer! 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 Vielen Dank.